Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute wollte ich euch nur nochmal die Sachen zeigen, wo ich in Bensheim alles gekauft habe. Und ich wollte noch dazu sagen, dass es mich gefreut hat, ein paar von euch zu treffen. Und für alle, die mich nicht treffen konnten, die vielleicht wollten, das war eine blöde Situation diesmal in Bensheim, weil ich eigentlich auf dem Weg in Urlaub war. Deswegen war ich auch leider nur zwei Stunden da. Und ich hoffe, wir können es dann vielleicht nächstes Jahr sehen. Und ihr seht jetzt auch eingeblendet, dass ich das Buch Erden gekauft habe und auch zwei Autogrammkarten dazu. Und ich wollte es euch jetzt einfach nur kurz zeigen. Und bis zum nächsten Video. Und jetzt bin ich mal gegründet.